Herzlich willkommen zu einem Rundgang durch die Firma Hütter & Wagner GmbH in Altheim. Wir sind seit über 130 Jahren im Hochbau, Tiefbau und Holzbau tätig. Derzeit beschäftigt der Betrieb ca. 50 Mitarbeiter. Unser Leistungsspektrum umfasst den Wohnbau, Gewerbe- und Industriebau sowie kommunale und landwirtschaftliche Projekte. In der Verwaltung werden alle kaufmännischen und administrativen Aufgaben sowie die telefonische Kundenbetreuung abgewickelt. In den Technikbüros werden Planungen, Angebote und Ausführungsmöglichkeiten für die Kunden erstellt. Diese Hallen dienen zum Abbund bzw. zur Vorfertigung der Holzbauprojekte sowie zur Lagerung diverser Baumaterialien. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Untertitelung des ZDF, 2020